Oh Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Daily Vlog und ja, ich sitze gerade mit der Melli und Maxi. Mit Maxi gerade hier an den schönen YouTuber-Treffen Wunschzettel. Wir werden jetzt ein bisschen einarbeiten und da steht schon die Lochis nach München holen. Und da werden wir gucken, auch für die nächsten YouTuber-Treffen, dass wir auch ein bisschen strukturiert auch Input geben können und planen und alles. Und was hast du da gemacht? Ich bin mit meinem Longboard auf die Fresse geflogen. Weißt du, ich hatte sechs Wochen Sommerferien und einen Tag, nicht mal 24 Stunden bevor die Schule anfängt, haut es mich so richtig aufs Maul. Oh, arm ist der Typ. Ja. Und der Maxi ist heute zu Besuch. Das ist immer dein Dick. Ja und er wird auch ein bisschen zuhören, was wir hier so machen. Und ja, wir werden jetzt ein bisschen arbeiten und bis nachher, ne? Jo! Boah! Boah! Äh, wir sind wieder da. Ähm, wir haben jetzt so viel jetzt aufgeschrieben von denen hier. Haben wir jetzt alles zusammengefasst und für die nächsten YouTuber-Treffen hätten wir gedacht, vielleicht paar Dinger wie Kanalname, Programmmöglichkeiten und was für Mikro nutzt du und... Okay. Wunderschön! Programmmöglichkeiten, was für Mikrofone nutzt du, Kamera ausprobieren, Drehplanung, Lichtnetzwerke, Intro machen und Kollaps. Davon werden wir ein paar aussuchen und der Maxi hört's drauf. Yay! Ja, und der nicht Nilo hat auch jetzt ein kleines Teil für die Let's Player. Weiß er noch nicht, aber... Ja, spätestens wenn er in dem Vlog sieht zu sein. Hi! Ziemlich interessant. Sehr interessant. Ja. Wenn wir ein bisschen wieder weiter arbeiten und ja, bis nachher. RACE! Okay. Ähm, wir sind jetzt viel noch weiter gekommen. Jetzt haben wir die Liste für die YouTuber, die wir hier einladen. Äh, das wären eventuell Master Jam, Mr. Trashback, Dr. Allwissen, SeatecTV, Viruswelt, Hi Blali, Flying Pandas, äh, Mrs. Vlog, gar nix, Mirella Regal, ne, Regal? Ja, Mirella Regal. Vincent Lee, viele andere. Mal gucken, ob man die alle bekommen könnte. Und ja, wir sind ziemlich gut weiter geworden. Ja, sehr weit. Sehr weit, sehr weit, sehr weit, sehr weit. Ja, schreibt mal in den Kommentaren, wen wir doch einladen könnten für München. Das wäre interessant zu wissen. Inventuell ist auch der, wie soll ich sagen, vielleicht ist der Cheng auch mit dabei. Weil ich, ähm, hab von ihm noch eine längere Zeit so eine lustige Sprache habe ich bekommen. Und, äh, die spiel ich jetzt mal ab für euch. Hört mal so selbst. Man merkt, dass ein gewissen Grad an Behinderung mitbekommen aus Köln diesmal. Edisch gut. Ja, genieß den Abend. Und, äh, wir sehen uns, beziehungsweise hören uns ja sowieso da die ganze Zeit. Äh, wir stancen, äh, ne, 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 ne. Ja, vielleicht ist er dabei. Ne, es war eine alte Nachricht, die er mir am 24. August noch geschickt hat. Sozusagen schon ein bisschen länger her. Ja, Digga, wenn du das siehst, melde dich mal wieder. Weil ich hab dir vor kurzem auch wieder eine Sprachnarrie geschickt, aber du hast dich nicht reagiert. Äh, okay, du bist ja auf der Tour. Sozusagen ist bisschen stressig. Sozusagen haben wir das jetzt bisschen durchgearbeitet. Jetzt schauen wir mal. Jetzt muss ich doch mit der Sabrina noch alles durchgehen. Und ich denke mal, wir werden jetzt noch ein paar Sachen machen. Jo, genau. Ich hab Angst, ich hab Angst. Nein, tu mir nicht mehr Angst. Ja, sie tut sich weh. Ja, sie tut sich weh. Ja, sie tut mir weh. Einen ganzen Tag. Schau an ihr am meisten wie hat sie sich. Ich hab's so schön überschminkt. Ja, bröselt schon. Ich weiß. Aber ich hab mir Mühe gegeben. Eie. Eie. Immer diese Frau. Okay, gut. Dann melden uns wir später nochmal. Beauty. Besser? Ah! So, jetzt hab ich mal Steves Kamera geklaut. Und jetzt, haha, jetzt versucht Steve hier schon wieder mich zu kitzeln, weil er weiß, dass ich das nicht abkann. Boah, geil. Jetzt, jetzt, jetzt mach ich auch mal einen auf Vlogger und und wir nehmen bei dem bösen Steve ab. So Steve. Nein! Nein! Ist ja schlimm hier. So. Boah, ist das eine krasse Kamera. Ich täusche auch eine haben. Jetzt muss ich kurz vor Steve davonlaufen. Er läuft mir nicht hinterher. Und ansonsten, ja, wir sind jetzt gerade fertig geworden mit der Organisation und haben das Ganze hier mal schön ausgedruckt. Haha! Nein! Nein! Steve! Du, du, du! Und? Okay. Und? Ich glaub ich geh jetzt ins Mädchen-Klo, da kann er mir nicht folgen. Haha! Und haben uns überlegt, dass wir noch YouTuber vorstellen werden bei den nächsten YouTuber-Treffs. Zwar einen großen und einen kleinen. Also seid gespannt, Münchner YouTuber, wen wir euch da vorstellen. Nein! Haha! Okay. Boah! Wir sind jetzt wieder hier am Arbeitsplatz. Und die Joi ist da. Die besucht mich. Oder uns. Und jetzt chillen wir jetzt ein bisschen. Und ich trink meinen Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee ist immer schön. Ich sag mal so. Der Daily Vlog ist vorbei. Halt. Ja. Für heute für mich. Und in diesem Sinne. Checkt mal die Mann Melanie ab. Die ist unten in der Videobeschreibung. Äh, sie hat noch, oder? Hast du einen Kanal? Ja. Ich hab schon 28 Abonnenten. Okay. Die hat, äh, am Kanal ist unten auch in der Videobeschreibung. Mal abchecken. Er hat noch keine. Nein, noch keinen. Leider. No, Leute. Der muss jetzt weinen. In diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder. Alter Frische. Und, äh, ja. Ich hoffe mal. Das hat euch gefallen. Daumen hoch. Und eine Stunde dran. Aaaaah.